wir sind wieder am start wir machen den einen stern wie versprochen der letzte folge und dann werden wir heute mal schauen ob wir dann ein bisschen weiter kommen mit dem tuning weil ich das in der letzten folge ja versprochen hatte das heißt versprochen aber erwähnt hatte ich wollte erstmal jetzt alle sterne fahren damit wir ein bisschen geld bekommen und vielleicht kriegen wir noch mal ein bisschen bonus das war so nicht geplant auf jeden fall unser baby ist voller leistung aber fett würde ich mal sagen ich müsste den weg jetzt auch alleine ehrlich gesagt wenn ich das navi nicht immer benutzen würde das gps würde ich da echt nie herfinden würde ich wenn ich ehrlich bin okay die zeit wird echt knapp gerade was geht denn da was verarsch mich nicht verarsch mich nicht junger so kurz das hat diese einen unfall gedauert das ist ja halt keinen fehler leisten na gut probieren wir es halt nochmal was willst du machen fängt schon gut an wenn der mich auch so einen dummen weg da schickt so guck mal da hat es halt viel zeit gekostet so ok auf jeden fall jetzt geht es schon mal viel schneller von der hand oh gott leute ich bin so froh wenn wir es bald haben ohne scheiß so richtig froh wenn wir es gleich haben also was heißt gleich aber bald ich bin so gut eigentlich ja 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 ich kann das was so du bist den aufgabe den wagen ist in der nächsten ausgabe von auto Das ist aber toll. Wenn wir gerade hier sind, Leute. Weißt du, die Rennen liegen halt gerade so... Die liegen gerade hier so im Wege. Dann machen wir die doch gerade. Dann haben wir es doch hinter uns. Weniger Rennen dann zu machen. Und die Sterne machen wir dann hier auch noch. Kriegen wir alles in der Folge hin. Sprintrennen, Leute. Geht schnell. Das Auto hört sich auch total anders an momentan. Also sobald ich den Tod betrömmelt gemacht habe. Ah, fuck. Boah. Scheint da so eine Tricksmusik. Kein Wunder, dass sie auch nicht bei YouTube gecopyrighted ist. Aber der will schon so eine Mucke haben. Ehrlich. So was finde ich extremst schlimm. So was ist nicht mein Musikstil. Zu viel Geschrei. Das ist mir zu viel. Hopp. Das meine ich auch mit dieser Stadt hier. Das ist einfach zu eng hier. Viel zu eng. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Du musst da auch immer aufpassen, weil du kannst auch viel verbauen. Wenn du den nächsten Endboss trennen wir, musst du da aufpassen. Homepage. Ich töte jetzt nicht mehr. Ich lass mich nicht mehr. Ich mach' den 4-3-3-3-4-3-4-3-4-5-3-4-4-3-4-4-3-4-4-5-3-4-4-4-4-4-4-4-5-4-4-4-4-4-2-5-4-5-4-5-4-4-5-4-5-4-4-5-4-5-4-5-4-4-5-4-5-4-5-5-4-5-4-5-5-4-5-5-5. Ich will das Auto auch noch auf jeden Fall bis 10 Sterne pumpen, bis auf jeden Fall, wenn das geht. Wie gesagt, viel fehlt eigentlich nicht mehr, das sind nur auch so Kleinigkeiten. Ich denke noch nicht, dass es so viel kosten wird. So, haben wir mal das andere Grüne noch kurz. Ich denke mal, hier gibt es auch noch verschiedene oder viele verschiedene versteckte Rennen. Mann, hier nehme ich gerne an mich. 200 machen wir an mich. Oh, was ist denn das noch für Starts? Einfach so vorbeiziehen, guck das an. Ich ziehe einfach so an ihm vorbei. Wer will jetzt eigentlich noch gegen mich ankämpfen, ha? Alle verlieren sie. Obwohl ich das dritte Nitro habe, sollte das ja normalerweise lange halten, bei mir ist sofort leer. Ja, das kommt mal vor, ne? So. Ah. Wie bitte. Wie bitte. Wie bitte. konnte ich nicht blutevoll schlafen. Irgendwie war ich die ganze Nacht wach. Deswegen bin ich jetzt etwas leicht müde. Ja, das ist auch sowas behindertes hier. Das ist sowas Geländemäßiges. Ja, da hätten wir mit dem Geländewagen fahren müssen. Stimmt, Geländewagen. Da müssen wir auch darauf achten, dass wir die auch fahren. Unten das eine Rennen. Wenn wir auch dann gerade hier sind. Wie gesagt, dann fahre ich dann jetzt erstmal zu den Sternen. Wir müssen halt von da nach da fahren wieder. Das ist halt wieder dann weiter weg, ne? Na gut, was willst du machen? So, dann können wir nochmal auf die Statistik gucken. Das ist jetzt glaube ich nur noch wirklich ein Teil, was uns fehlt zum Freischalten. Oh Mann, wir haben es bald. Ich kann es kaum glauben, wir haben es bald. Ja, ja, ja. So, T. Spielverlauf-Status. So, ja, wir haben noch die Rennen. Ist auch wieder so scheiße. Und die Rennen hier noch. Rundkurs, Rundkurs, Rundkurs. Boah. Und da habe ich einen Track angesehen. Das geht auch schnell. Und so in Street X geht auch schnell. Die Rundkurs-Rennen werden halt ekelhaft. Aha. Moment. Dann müssen wir das doch mal ganz kurz machen. Die Strecken, meine ich. Die sind einfach genial gemacht. Weil wir gehen schnell. Nicht zu kompliziert. Ah, das sind wieder die Strecken. Oder das ist wieder die Strecke. Ja, das ist ja... Werden wir dafür 4000 kriegen, glaube ich. Warum nicht? Einfach. Kommt aber auch immer irgendwie was in die Quere, ne? Oder? Immer mehr. Bevor ich es vergesse, dass da Unsichbares ist. Fahre ich es lieber gleich. So, wie gesagt, wir müssen uns... Das müssen wir uns was Neues holen. Vielleicht gibt es neue... Äh, ne. Spiegel gibt es keine neue in Carbon. Das wüsste ich sonst. Aber Felgen gibt es bessere. Wir müssen uns vielleicht zwei oder dreimal neue kaufen. Damit wir genau wissen, was für Sterne am höchsten sind. Und Spoiler in Carbon bringt vielleicht etwas was. Motorhome in Carbon. Kofferraum in Carbon. Ähm... Ja, Karosserie in Carbon. Und dann... Sollten wir es eigentlich ja haben. Also... Ne? 10 Sterne kriegen wir auf jeden Fall zusammen. 4.000 auf der Sonne scheiß Rande. Geil. So. Jetzt fahren wir aber zum Stern. Huch, Alter. Das wollte ich ja eigentlich. Da ist ein Tuning Shop. Machen wir ja schon. Und... Achso, ja genau. Vinyls müssen wir ja noch ein bisschen machen. Halt, 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 halt. Da ist Money. Da ist Money. So, warte mal. Da ist ja was. Vielleicht haben wir auch noch... Gibt's hier noch irgendwo... Na, schade. Okay, dann fahren wir jetzt als erstes das hier. 2.50. Das heißt, das ist... Weit weg. Ach. Naja, vielleicht finden wir auf dem Weg zurück wieder unsichtbares Rennen. Ne? Ey, wir sind jetzt auf jeden Fall schnell. Also... Sollte schnell gehen. Wow. Fahren wir wieder zurück. Wo lang, Kollege? Muss ich mir genau den richtigen Weg zeigen. So, den roten Tuning Shop habe ich, glaube ich, immer noch nicht. Komme ich auch irgendwie nicht dazu. Ich komme mir vor, als wäre das ja nur open world. Wie, äh... Parkway 4 oder so. Stadtzentrum. Eigentlich haben wir es gleich. Und wir haben noch gute 2 Minuten. Ah, das ist das gute Underground, ja. Da war noch Tuning, Tuning. Ha! Was? Wo zeigst du hin? Wat? Ey, der will mich wohl verarschen. Warum zeigt er nach da? Oh Mann, ey. Ich habe keine Lust, das normal zu machen. Nein, ich geh jetzt nicht rum. Wird er noch hier. Erst zeigt er links, dann zeigt er rechts. Ja, was ist denn jetzt? Manchmal, ne? Dieser Pfeil, ey. So ist... Konzentration. Oh mein Gott, eine Minute. Schaffen. Warte. Du hast den ersten Platz gemacht und bist auf dem Streetcar-Magazin. Tja, siehst du mal, ne? Ich habe jetzt nicht gesehen, wie viel Geld wir bekommen haben. Ich habe einen Rundkursrenn gemeldet. Ah, da scheiße ich das mal drauf, weil das dauert jetzt zu lange. Ich habe gesagt, ich mache jetzt in dieser Folge Stern und dann Tuning. So, fertig ist. Jetzt dürfen wir wieder da runtergurken. Dann dürfen wir wieder Wanderers hingurken. Dann müssen wir wieder da runtergurken irgendwo. Mann, 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 Mann. Hey, hey, alles klar, Mann? Cool, dass du heute Abend unterwegs bist. Immer unterwegs. Mal die Umsache im Bereich Hotel Plaza könnte vielleicht was abgehen. Keine Ahnung, wo genau. Sollte aber leicht zu finden sein. Ich fahre jetzt in die Richtung. Ja, hoffentlich sehe ich dich dann da. Peace. Ja, und dann würde ich dich ziehen, Kollege. Auch wenn du nett zu mir bist oder warst. Trotzdem würde ich dich ziehen. Ja, das kennen wir ja schon. Call Harbor. East. Ach, hier war ich doch schon. Welchen Schaffer habe ich denn noch nicht gefunden? Okay. Müssen wir mal gucken. Aber ich muss nicht irgendeinen immer sehen. Wahrscheinlich noch ein Delva. Ein Spezialer Shop. Ach stimmt, da müssen wir auch noch hin zum Tune. Alles okay, Leute. Alles okay. Musst du nur was gucken. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. So cool. So. 1,30. Äh, klar. Dann bis 1,30. Guck mal, ob wir das schaffen. Sollte machbar sein. Sollte machbar sein. Wenn er mir den richtigen Weg geht, ist es mir zeigt. Das ist so geil, mit so einem schnellen Auto durch die Gegend zu fahren. Schön in die Kurve zu kommen und so. So, Airports. Da, gelb. Das ist der Laden wahrscheinlich, den wir noch nicht hatten. Flughafen. Wer will am Flughafen denn schon ein Bild machen? Also ich nicht, als Protokoll auf dem Magazin. War das oben, war das oben? Ja. Was? Verarsch.